Mein Name ist Lars Konrad und ich bin einer der Gründer des Startups Liftwood. Dies ist eine hippe Mütze, weil mir gesagt wurde, dass coole Gründer sowas tragen. Außerdem stehe ich schlecht ausgeleuchtet in meiner privaten Küche. Das ist real. Wir fertigen tolle Dinge aus Vollholz. Und Kunststoff. Naja, eigentlich ist das ein Fernwender, aber der ist ja auch aus Kunststoff. Ich hab hier grad nichts anderes. Wir fertigen zum Beispiel so coole Sachen wie Rahmen für Sammelkarten oder Boosterpacks. Außerdem hab ich keine Hose an. Denn das ist unnötig, denn ich mach das Marketing und arbeite die meiste Zeit von zu Hause aus. Da ist eine Beinbekleidung genauso wenig notwendig, wie lange Transportwege, wenn man alles in Deutschland selbst herstellt. Und genau das tun wir. Wir produzieren ausschließlich in Deutschland. Meine Kollegen an den Holzbearbeitungsmaschinen haben im Übrigen alle Hosen an. Das müssen sie. Arbeitsschutz und so weiter. Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig. Für jeden verarbeiteten Baum pflanzen wir einen neuen und lassen über eine Stiftung garantieren, dass dieser mindestens 99 Jahre hier in Deutschland wachsen darf. Wir nutzen zu einem Großteil Filament aus recycelten Kunststoffen. Liftfood. Einzigartige Produkte mit nachhaltigem Ansatz made in Germany.